Musik Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategie-Tippe des Frankfurter Börsenbriefs heute am Montag, den 20. Juni um 10.54 Uhr. Am Freitag der dreifache Verfalltermin gab noch mal einige Aufregungen an den Börsen, gab einige Volatilitäten. Normalerweise wäre zu erwarten, dass nach dieser Stützung des Marktes durch den Derivatemarkt, dass wir dann heute fallende Kurse sehen würden. Das ist aber nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass wir uns sogar noch über die Mark von 7.100 heute bewegen werden und dass sich das mit der weiteren Abwärtsbewegung noch mal um zwei bis drei Tage hinaus zögert. Aber, dass sie kommen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Insgesamt ist die eher wichtigere Prognose allerdings die eines weiterhin volatilen Handelsverlaufs. Sommer ist immer eine schwierige Zeit. Sie ist immer von den Händlern geprägt, weniger von den Investoren. Das kennen wir seit Jahren so. Und entsprechend gestaltet sich auch das Börsengeschehen in Frankfurt, in New York und auch an den wichtigen anderen Handelsplätzen. Das heißt, im Augenblick ist es nicht so wichtig, auf den DAX zu sehen, sondern auf die Branchen, auf die Länder, die ein besonderes Exposure haben. Beispielsweise haben wir ja Neuseeland jetzt in den letzten Ausgaben etwas übergewichtet. Das hat sich bisher auch gut ausgezahlt. Der Neuseeland-Dollar ist in einer sehr, sehr guten Verfassung. Das wäre im Übrigen auch ein interessanter Counterpart gegenüber dem Euro, den wir nach wie vor schwach erwarten. Vor allem wegen dieser Griechenland-Diskussion, wo es ja am Wochenende wieder keine Einigung unter den Regierungsvertretern gegeben hat. Schauen wir heute auch kurz nach Japan. Dort sind die Exporte schwächer ausgefallen als allgemein erwartet. Man hatte mit einem Rückgang von 8,4% gerechnet, nachdem in Japan nach wie vor viele Produktionsanlagen still liegen. Und deswegen infolge des Tsunamis auch weniger Waren ausgeführt werden können. Im Mai sahen wir aber dann tatsächlich einen Rückgang um 10,3%, nachdem die Zahlen für den April auf minus 12,4% revidiert worden sind. Nichtsdestoweniger, einige der Papiere, die wir vorgestellt hatten als möglicher Aufbaupartner im Regierungsprogramm, haben sich inzwischen stabilisiert, haben sogar in den letzten drei, vier Tagen netto unterm Strich sehr gut zulegen können. Und da werden wir sicherlich das ein oder andere Investment wieder in den Frankfurter Börsenbrief in unsere Empfehlungsliste aufnehmen. Das heißt, in Japan kommt ganz allmählich der Wiederaufbauzug in Gange und davon können Sie ganz hervorragend profitieren. Auch wenn der Maschinenbau zuletzt wieder etwas rückläufig war, aber mit minus 3,3%, doch nicht so negativ wie von vielen erwartet. Natürlich, bei den allermeisten Unternehmen werden wir für das Gesamtjahr noch sehr kräftige Abschläge sehen. Honda hat ein Minus von 63% beim Gewinn für dieses Jahr angekündigt, Hitachi von 18% und so lässt sich die Reihe weiter fortsetzen. Und deswegen gehen wir vornehmlich auch auf Infrastrukturunternehmen, auf Bauunternehmen, auf Zementunternehmen, die eben von diesem Aufbau profitieren. Schauen wir kurz aufs Öl. Hier sehen wir in den USA nach wie vor einen Rückgang des Ölpreises inzwischen auf 91 Dollar. Das liegt daran, dass es in den USA Befürchtungen gibt, über eine kleine Delle im konjunkturellen Zyklus, dass man vielleicht sogar ein Double-Dip-Szenario erwarten könnte. Und deswegen der Ölpreis heute weiter unter Druck. Wir haben darauf ja schon eine Spekulation aufgelegt. Die hat sich bisher sehr gut entwickelt, hat sich bisher verdoppelt. Beim Bund-Future sind wir nach wie vor etwas vorsichtig. Da sehen wir je nach Nachrichtenlage aus Griechenland die ein oder anderen Ausreißer nach oben oder unten. Und deswegen sind wir beim Bund im Moment nicht dabei. Bund-Future heute etwas schwächer. Hier sollte man vielleicht ein antizyklisches Investment bevorzugen. BASF heute auch wieder in den Schlagzeilen. Man will den Umsatz und den Gewinn 2011 signifikant steigern, ist in einem Interview zu lesen, was der Schweizerischen Handelszeitung gegeben wurde. Wir sehen bei BASF auf einem sehr guten Weg. Überhaupt muss man ja sagen, dass viele Unternehmen sich gar nicht um diese Krise, um Griechenland, um die Schlagzeilen darum oder auch um das US-Haushaltsdefizit scheren, sondern autonom sehr, sehr gute Geschäfte machen und bei denen nichts von einer konjunkturellen Abschwörung zu spüren ist. BASF ist ja nun extrem zyklisch und auch in den Geschäften von BASF ist aber nichts davon zu spüren. Von Krise ist da absolut keine Rede. BASF ist rundum gesund, denen geht es gut. BASF ist sicherlich ein Basis-Investment, was in jedes Depot hineingehört. Schauen wir im Zuge der neuen Airshow in Farnborough auch auf ERDS. Hier verzögert sich die Vorstellung des neuen A350 um weitere 18 Monate. Das liegt daran, man will ja in Konkurrenz treten zu dem 777, aber man hat in der Produktion erhebliche Probleme. Wir kennen das alle, wir haben das in den Nachrichten auch schon des Öfteren gehört und an dieser Stelle kommentiert, dass man mit der Lieferung der Flugzeuge nicht so schnell nachkommt, wie die Bestellungen eintrudeln. Da gibt es im Management immer verschiedene Streitereien zwischen der französischen Seite, zwischen der deutschen Seite, sodass es einen eigentlich wundern muss, dass sich die Aktie so gut hält, insbesondere auch wegen der Vertragsstrafen, die man zu schultern hat. Nochmal kurz zu den Rohstoffen. Royal Dutch und Mitsubishi haben jetzt ein lang angekündigtes Projekt im Irak auf die Gleise geschoben. Es geht um ein Erdgasentwicklungsprojekt für 12,5 Milliarden Dollar. Gas ist für unsere Begriffe einer der interessantesten Rohstoffe in den nächsten Jahren. Es gibt reichlich davon, deswegen raten wir auf jeden Fall davon ab, auf den Gaspreis selbst zu setzen, weil er sich beispielsweise durch neue Projekte im Nahen Osten, aber auch durch die Schiefergasproduktion sicherlich im ausreichenden Maß vorhanden ist. Aber die Nachfrage wird auch steigen, wegen der vielen Gaskraftwerke, die ein Ersatz sind für Atomkraftwerke und auch vor allem im asiatischen Raum sehr gefragt sind. Deswegen muss man das genau beobachten. In Deutschland hat man ein bisschen diesen Trend verschlafen oder Angst davor gehabt, hier richtig mit einzusteigen und jetzt machen die Amerikaner oder auch eine Royal Dutch das Geschäft. Das ist sicherlich auch ein Investment wie BASF, was eher auf den langfristigen Horizont angelegt ist und was keine schnellen Gewinne jetzt abwirft. Wer jetzt auf den schnellen Gewinn abzielt, der schaut sich besser den Euro an. Hier erwarten wir noch eine weitere Abschwächung, gerade in den nächsten Tagen oder die großen überbewerteten Unternehmen in den USA wie LinkedIn, die ja jetzt am Freitag schon wieder 4% nachgegeben haben, bei denen sich unser Put ganz hervorragend entwickelt. Und wir werden sicherlich auf den einen oder anderen überbewerteten Börsengang dieser Tage noch eine Put-Spekulation starten. Glencore heute auch klar im Minus. Das waren die Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Bernhard Glinzing. Vielen Dank. Vielen Dank.